Türkische Volksmärchen aus Stamboul Gesammelt von Ignaz Kunos Der Fischperi Es war einmal ein Fischer namens Mehmet. Dieser lebte davon, daß er Fische fing und sie verkaufte. Eines Tages warf ihn eine Krankheit ins Bett, und da er nicht hoffte, gesund zu werden, so befahl er seiner Frau, daß sie nach seinem Tode seinem Sohne nicht sage, daß er vom Fischfang lebte. Damit starb er, nachdem seine Zeit abgelaufen war. Sein Sohn wollte dann irgend eine Beschäftigung ergreifen. Allein, was er auch begonnen, nichts wollte ihm gelingen. Bald darauf lief auch die Lebenszeit seiner Mutter ab, und sie starb ebenfalls. Voll Sorge verbrachte der Sohn die Nacht, und da er tags darauf gar nichts zu essen hatte, so stöberte er im Gerümpel des Hauses herum, um etwas zu finden, was er verkaufen könnte. Während des Suchens stieß er auf das Fischernetz seines Vaters. Als der Jüngling das erblickte, so wußte er, daß sein Vater ein Fischer war, nahm das Netz und ging damit zum Meeresufer. Er fing ein, zwei Fische, die er verkaufte. Fürs Geld kaufte er Brot und Kohle und ging damit nach Hause. Mit der Kohle kochte er den anderen Fisch, verzehrte ihn, und da dem Jüngling diese Beschäftigung zusagte, so ging er jeden Tag fischen und lebte davon. Wie es geschah, wie es nicht geschah, da geschah es eines Tages, daß sich ein sehr schöner Fisch in seinem Netze verfing, so daß es ihm Leid tat, ihn zu verkaufen oder zu verzehren. Er trug ihn nach Hause, grub einen Brunnen und warf den Fisch hinein. Da er in jener Nacht bis in die Früh hungerte, so ging er zeitig seiner Beschäftigung nach. Als er abends nach Hause kam, was sah er da? Das Innere des Hauses war fein gesäubert und rein gefegt. Da der Jüngling in der Meinung war, daß dies die Nachbarn für ihn besorgten, so betete er für sie. Als er am nächsten Morgen aufstand, entzückte er sich an dem Anblick des Fisches und ging dann wieder fort. Als er aber später wieder zurückkommt, findet er alles bis zur Gassentüre verändert, geht in seine Wohnung und nachdem er sich mit dem Fische unterhalten, legt er sich nieder. Als es Morgen wurde, ging er ins Kaffeehaus, und indem er darüber nachdachte, wer der sein mag, der ihm jeden Tag sein Haus in Ordnung bringe, fragte ihn einer seiner Genossen, worüber er nachdenke. Der Jüngling erzählt ihm die Sache. Da fragte ihn sein Genosse, bei wem der Hausschlüssel sei und wer zu Hause geblieben. Der Jüngling sagt, daß er den Schlüssel bei sich habe und daß zu Hause außer dem Fische kein lebendes Wesen sei. Der Freund fragte ihn, was für ein Fisch das sei. Der Jüngling erzählte ihm die Geschichte. Darauf gab ihm sein Genosse die Unterweisung, er möge zu Hause bleiben und lauern, um zu erfahren, was das für ein Fisch sei. Der Jüngling geht nach Hause, und am anderen Tag öffnet er zum Schein die Türe, macht sie wieder zu und versteckt sich auf einem Platze. Auf einmal sieht er, wie der Fisch aus dem Wasserbecken kommt, sich schüttelt und in eine schöne Jungfrau verwandelt. Als der Jüngling dies sah, da packt er schnell die Haut des Fisches und wirft sie ins Feuer. Das Mädchen sagte hierauf zum Jüngling, »Das hättest du wahrlich nicht tun müssen. Allein, da es nur einmal geschehen ist, so tut es nichts.« Der Jüngling freite dann um das Mädchen, das Mädchen willigte ein, und am anderen Tag treffen sie die Vorbereitungen zur Hochzeit. »Alle, die das Mädchen anschauen kommen, werden von ihrer Schönheit verblüfft und lassen es überall verlauten, daß sie eines Padischahs würdig wäre.« Die Nachricht kommt dem Padischah zu Ohren, der sie zu sehen wünschte, und man führt sie auch hin in seinen Palast. Der Padischah wollte das Mädchen dem Jüngling nicht entreißen, damit man nicht sage, der Padischah habe einem anderen die Frau weggenommen. Er suchte daher irgendeinen Vorwand, sie ihm wegzunehmen. Er läßt daher den Jüngling rufen und spricht zu ihm, »Wenn du mir binnen vierzig Tagen in der Mitte des Meeres einen Palast aus Gold und Diamanten baust, nehme ich dir das Mädchen nicht weg. Wenn du ihn aber nicht verfertigst, so wird sie dir weggenommen.« Der Jüngling geht nach Hause, sinnt nach und weint. »Warum weinst du?« fragte ihn das Mädchen. Der Jüngling erzählt ihr den Sachverhalt. Das Mädchen aber sprach zu ihm, »Weine nicht, wir werden es schon zustande bringen. Geh dorthin, wo du mich herausgefischt, und wirf dort einen Stein hinein, worauf ein Araber mit dem Worte »Befehlen« erscheinen wird. »Sage ihm, daß ihn das Fräulein grüßen läßt und um das Badebündel bittet. Er wird es dir geben. Übernimm es und wirf es dort ins Meer hinein, wo der Padischah sich den Palast wünscht, und komm dann zurück.« Der Jüngling tat auch also, übernahm vom Araber das Bündel, warf es ins Meer und ging dann zurück. Als sie morgens aufstanden, da sahen sie, daß an der Stelle, wo er das Bündel ins Meer geworfen, ein Palast erstand, der noch schöner war, als wie ihn der Padischah sich wünschte. Darüber freuten sie sich sehr und ließen es den Padischah wissen, der ebenfalls sah, daß der Palast wirklich dort war. Darauf wünscht sich der Padischah eine aus Kristall verfertigte lange Brücke. Der Jüngling geht nach Hause und bricht wieder in Weinen aus. »Warum weinst du?« fragte ihn das Mädchen. Der Jüngling erzählte ihr sein Leid, worauf das Mädchen ihn abermals zum Araber gehen heißt, um von ihm den Polster zu verlangen. Wenn er ihn bekommen, so soll er ihn vor dem Palast hinwerfen. Der Jüngling tat also, er erhielt vom Araber den Polster, den er dann vor dem Palast hinwarf. Wie er dann weitergeht und sich einmal umschaut, da sieht er, daß sich vor dem Palast eine lange Kristallbrücke befindet. Der Jüngling eilte schnurstracks zum Padischah und zeigte ihm die fertige Brücke. Darauf verlangt der Padischah von ihm, daß er vierzig Tage hindurch eine solche Speise koche, von der alle Menschen der Welt sollen essen können und auch dann noch viel übrig bleibe. Der Jüngling ging nach Hause, und als er so nachdachte, fragte ihn das Mädchen wieder nach seinem Leid. Sie sagte ihm, »Geh zum Araber und verlange von ihm die Kaffeemühle, daß du sie aber ja nicht auf dem Wege drehst.« Der Jüngling übernahm vom Araber die Kaffeemühle, und wie er mit ihr so auf dem Wege einherschritt, da, ohne zu wissen, wie es geschah, drehte er sie zufällig etwas. Er sieht, daß ungefähr sieben bis acht Teller Speisen daraus herausfallen. Er hebt sie auf und trägt sie nach Hause. Tags darauf verständigten sie den Padischah, der im ganzen Lande verkünden ließ, daß jeder ins Haus des Fischerjungen komme. Und so geschah es auch. Jeder fand sich im Hause des Jünglings ein, man aß sich satt und ging weg. Wer nur auf der Welt war, ging nach und nach hin, aß sich satt, und dennoch blieb viel von der Speise übrig. Nun verlangte der Padischah, daß aus einem Ei ein Maultier herauskomme. Der Jüngling geht und erzählt das dem Mädchen. Das Mädchen sagt, daß er vom Araber drei Eier hole, die er aber ungebrochen nach Hause bringen soll. Der Jüngling ging wieder hin, holte die Eier, ließ aber auf dem Wege eines zur Erde fallen. Da sprang aus dem Ei ein großes Maultier heraus, das hin und her rannte, bis es sich endlich ins Meer stürzte. Der Jüngling ging mit den anderen zwei Eiern nach Hause. »Wo ist das dritte?« fragte das Mädchen. »Zerbrochen«, antwortete der Jüngling. »Das hättest du nicht tun sollen,« sprach das Mädchen, »allein macht nichts, da ist nun einmal geschehen.« Der Jüngling nahm die Eier und trug sie zum Padischah und sagte, daß er indessen auf die Wandbank steigen will. Der Padischah erlaubte ihm dies, und nachdem er sich auf die Bank gesetzt, nahm er das Ei und schlug es auf. Da sprang ein Maultier heraus, und wie sich dieses auf den Padischah stürzte, erschrak der Padischah und wollte flüchten. Der Jüngling rettete den Padischah aus der Gefahr, worauf sich das Maultier ins Meer stürzte. Nun wünschte der Padischah sich ein solch neugeborenes Kind, das schon gehen und sprechen könnte. Der Jüngling erzählt auch dies dem Mädchen, worauf dieses sprach, »Geh zum Araber und sage ihm, daß ihn das Fräulein grüßen läßt, und wenn dessen Schwester schon entbunden ist, so will sie das Kind sehen.« Der Jüngling ging zum Araber und bringt ihm diese Botschaft. Der Araber antwortet ihm, »Sie ist noch nicht entbunden, doch wart ein wenig, gleich wird sie es gebären, dann bringe ich es.« Fassen wir die Sache kurz. Der Araber bringt das neugeborene Kind, und wie dieses den Fischerjungen erblickt, rennt es auf ihn zu und sagt zu ihm, »Schwagerchen, wir gehen zur Tante, nicht wahr?« Der Jüngling nimmt das Kind und trägt es nach Hause. Zu Hause springt das Kind, kaum daß es das Mädchen erblickt hat, zu ihm, und mit dem Worte »Tantchen« umarmt es sie. Dann nimmt der Jüngling das Kind und geht mit ihm zum Padischat. Wie das Kind vor dem Padischat kommt, trat es auf ihn zu, schlug ihm ins Gesicht und sprach zu ihm, »Wie ist es möglich, daß in vierzig Tagen ein goldener und diamantener Palast eine Brücke aus Kristall erstehe, daß ein Mensch allein alle Leute der Welt satt speise, daß aus einem Ei ein Maultier herauskomme, und dabei schlägt es in einem fort den Padischat.« Da rief der Padischat dem Jüngling zu, er solle sich das Mädchen halten, nur möge er ihn von diesem Kinde befreien. Der Jüngling nimmt das Kind und trägt es nach Hause. Mit dem Mädchen aber verheiratete er sich, und vierzig Tage und vierzig Nächte dauerte ihre Hochzeit. Vom Himmel fielen drei Äpfel herab. Der eine gehört mir, der andere dem Hüsni, der dritte dem Märchenerzähler. Und welcher gehört mir? Einer von den dreien.